Nimm den Ausblick auf der Bodensee. Hallo! Das wollen wir jetzt schon gesehen haben. Thomas? Soll er am vor? Nein. Kannst du fahren? Okay. Ach, freut mich. Steh wieder auf. Hopp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zauber! Jetzt hätte ich mich noch fast verrutscht. Zauber! 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 Einen kleinen Objektiv-Check. Ist natürlich wieder voll verträgt gewesen. Und weiter geht's. Blut, blut, blut. Bis zum nächsten Mal. 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 Und Opa, da sehnt ihr irgendwie, da hab ich den Opa noch mal raus. Was passiert? Alter, alter Paarpinchen da. Oh Mann, da hätte man früher so schön alles jumpen können und so. Da ist es fertig. Jungs, da ist es leider fertig. Die letzten paar Höhenmeter. Das ist das Mäuerchen, wo du draussen kommst und du über die Dach springst. Und jetzt gibt es noch eine Steilwand, die sich rentiert zum Filmen. Ja, da runter. Da sind wir nur so nahe. So, fertig filmen. Ja. Wir fahren da. Wir fahren da, ja. Okay. Können wir noch Püren trinken wollen oder so? Können wir das machen? Kann man gerne machen, ja. Wo? Im Rennen oder wo? Ihr seht im Beat. Im Beat hört sich gut an. Könntest du das? Ja. Okay. Weil, äh, du hast ja das Auto am Parkplatz. Ja. Ich radle jetzt in dem Fall, ich brauche ungefähr von da auf eine Viertelstunde bis ich im Beat bin. Ja. Oder? Ja, bis ich das Auto gefunden habe und verladen habe. Passt. Treffen wir uns am Beat. Bis nachher. Bis gleich am Beat. Bis nachher. Bis nachher. Genau. Ho Ho! Nein, wir haben Turbo. So viel Höhe mit so wenig Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020